Georg Schwedt ist ein deutscher Chemiker, der vorwiegend in der analytischen Chemie geforscht hat. Er ist Autor zahlreicher Sach- und Lehrbücher, auch zu chemiehistorischen Themen und zur Lebensmittelchemie. Weiterhin schrieb er das Buch Goethe als Chemiker. 2009 erschien Chemie und Literatur, ein ungewöhnlicher Flirt. Schwedt studierte Chemie in Göttingen und promovierte an der Universität Hannover. Danach wurde er Abteilungsleiter am Chemischen Untersuchungsamt Hagen und habilitierte sich 1978 an der Universität Siegen in analytischer Chemie. Nach einer Professur in Göttingen wurde er Direktor des Instituts für Lebensmittelchemie und analytische Chemie an der Universität Stuttgart. Von 1987 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2006 war er Professor an der Tuklaustal. Georg Schwedt entwickelte das mit Mach-Labor Superlab und verbannt damit zahlreiche Experimentalvorträge. Maßgeblich beteiligt war er auch an der Entstehung des Skolab-Schüler-Labors auf dem Großmarkt Hamburg und dem Deutschen Zusatzstoffmuseum. Im März 2010 erhielt er als Anerkennung seines langjährigen Engagements als Vortragende und Autor den Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker, für Journalisten und Schriftsteller, Bücher, Experimente rund ums Kochen, Braten, Backen. Zweite überarbeitete und erweiterte auf Weinheim Willi VCH 2010 ISBN 9783-527-327904 mit Carla Vogt Analytische Trennmethoden Weinheim Willi VCH 2010 ISBN 9783-527-32494-1 Chemie und Literatur Ein ungewöhnlicher Flirt Weinheim Willi VCH 2009 ISBN 9783-527-32481-1 Experimente mit Supermarktprodukten Eine chemische Warenkunde Dritte ERW und aktualisierte auf Weinheim Willi VCH 2009 ISBN 9783-527-32450-7 Noch mehr Experimente mit Supermarktprodukten Willi VCH Zweite Auflage 2009 Analytische Chemie Grundlagen, Methoden und Praxis Zweite vollständig überarbeitete Auflage Weinheim Willi VCH 2008 ISBN 9783-527-31206-1 Chemie für alle Jahreszeiten Einfache Experimente mit pflanzlichen Naturstoffen Weinheim WI LH EY VCH 2007 ISBN 9783-527-31662-5 Liebig und seine Schüler Die neue Schule der Chemie Berlin Heidelberg KTC Springer Verlag 2002 ISBN 3-540-43205-1 Experimente rund um die Kunststoffe des Alltags Willi VCH 2013 Lava, Magma, Sternenstaub Chemie im Inneren von Erde, Mond und Sonne Willi VCH 2011 Chemie im Alltag für Damis Willi VCH 2010 Zuckersüße Chemie Willi VCH 2012 Chemische Experimente in naturwissenschaftlich-technischen Museen Willi VCH 2012 Chemische Experimente in Schlössern, Klöstern und Museen Willi VCH Zweite Auflage 2009 Was ist wirklich drin? Willi VCH 2012 Chemie querbeet und reaktiv Willi VCH 2011 Die Chemie des Lebens Willi VCH 2011 Methode Kunze Grundlagen der quantitativen Analyse Willi VCH Sechste Auflage 2009 Betörende Düfte Sinnlicher Aromen Willi VCH 2008 Ferdinand Wurzer und die Gründung des Godesberger Gesundbrunnens In Verein für Heimatpflege und Heimatgeschichte Bad Godesberg G.V Godesberger Schriften des Vereins für Heimatpflege und Heimatgeschichte Bad Godesberg G.V Bonn 2015 ISBN 978-398-16445-17 Der Apotheker J.P.J. Mannheim über die Thermal- und Schwefelwässer von Aachen und Burtscheidt Aachen 2015 ISBN 978-38440-35452